Ich reiß die Antriebswelle, so wie am Polaris. Soll ich da los spureln? Ich reiß die Antriebswelle, so wie am Polaris. Soll ich da los spureln? 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 Er piept hier so rum. Das war's. Ich reiß die Antriebswelle so wie am Polaris Machen wir erstmal Leerlauf Leerlauf, gucken wo die Leistung ist Sebastian, der muss nach vorne raus gezogen werden Muss ich von alleine treffen Ganz ehrlich, für so eine Wand hast du viel zu große Stollen Du hältst dich ja selber mit den Stollen in der Wand fest Nein, die haben keine Leistung Das kommt auch noch dazu Wir brauchen Energie Wir haben es gerade gehört, sieht ganz gut aus, wenn sie stehen Also ich finde die Lichter ganz cool Wenn die nicht flackern würden Ich kriege dir den Pudding hier schon mal ein bisschen besser, geht er gleich lang Oh, das war kurz vor knapp Sebastian, äh, 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 äh Ey, mach mal, du guckst die ganze Zeit Ich kann mal dahin gucken Ich kann vollgas Ja, der hat gesagt, der macht keine Vollgas Ich dachte, ey Ich kann nicht Die Zeit überrühren Mädchen Ich kann nicht Ich kann nicht ja GONZILA Bis zum nächsten Mal.